Hey Leute, ich bin mal wieder zurück am Start, sagen wir es so. Ich wollte mich mal wieder zurückmelden und mich nochmal bedanken für die ganzen Glückwünsche. Heute vor zwei Wochen war ja meine OP und ich werde es langsam wieder mit Kommentaries anfangen. Ich kann so 20 Minuten am Schluss sitzen. Ich denke, das sollte reichen. Ich habe mir jetzt gedacht, macht es schon ein kurzes Infovideo. Danke nochmal an alle für alles. Und ja, morgen oder heute Abend vielleicht noch sehen wir uns wieder. Bitte schaut weiter meine Videos an und vielen Dank. Schaffen wir vielleicht noch die 500 Abos bis Silvester. Fände ich echt geil. Also dann, haut rein. Servus.